Hallo liebe Freunde, hier ist die Heldmaschine! Tja, leider nicht auf Tour, ihr wisst Bescheid warum, brauchen wir keine großen Worte machen. Trotzdem haben wir gedacht, ey wir haben Bock für euch zu spielen und wenn alles gut geht, ihr seht wir haben schon aufgebaut, werden wir heute Abend um 8 Uhr einen Livestream starten. Wir hoffen, ihr seid alle dabei, wir hoffen wir hören euch irgendwie auch, weil das ist notwendig für so eine Live-Show. Ihr müsst also sehr laut brüllen, damit wir das alles mitbekommen. Falls es nicht klappen sollte, wir haben es noch nie gemacht, wird das natürlich nachgeholt und ihr werdet es auf jeden Fall alle mitbekommen. So, jetzt machen wir mal Schluss hier mit der Ankündigung. Wir werden jetzt noch was essen gehen, uns für euch umziehen, uns schick machen und dann sehen wir uns gleich um 8 Uhr heute Abend auf YouTube-Channel, auf unserem YouTube-Channel, Slash Heldmaschine. Direkt followen, damit ihr alles mitbekommt. Bleibt gesund, bis gleich. Tschüss. Okay, Ça, das ist alles mitbekommt.